erscheine ich wollte nur mal den den weitwinkel von meiner kamera testen aber damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of games mit mir den torsten und ihr seht im titel projekt free to play ist im vollen gang wir haben gestern abend im live stream den klan hier gefüllt sind sicherlich heute noch ein bisschen müde aber egal wir haben es geschafft den klan voll zu bekommen ging gar nicht mal so ultra schnell so ein paar waren ja vorbereitet so ein paar haben das während des streams erst gesehen haben dann gesehen da spielt jemand free to play ihr wollt das machen und der klanname war ja auch von euch ausgelost also ich musste die umfrage leider löschen das doofe ist an den umfragen bei youtube du kannst nicht sagen umfrage beenden und dann ist da so der endstrich aber ich zeige euch das da da oben mal das ist der endkarte den habe ich noch einmal per bild festgehalten und das ist auch dass er das ergebnis sonst wird das jetzt ewig laufen diese umfrage und dass wir natürlich auch ein bisschen doof also vielleicht mal verbesserungsvorschlag an youtube da so ein button einzupinnen so nach dem motto umfrage beenden aus es reicht keine stimme mehr möglich aber wir haben den klannamen nicht ganz gewählt wie ihr das wollte ich gehe mal in den klaren rein also wir haben jetzt einen klaren free to play eigentlich sollte das e1 sein aber ich war nicht ganz ganz so einverstanden muss ich sagen mit dem umlaut da haben viele länder ein problem mit und deswegen haben wir uns hier auf das e geeinigt und nicht auf das also wir sind hier im klaren free to play und wollen natürlich auch free to play spielen sind im moment 50 von 50 das heißt wir sind die voll aus der ein oder andere habe ich heute morgen schon gesehen ist ist auch schon wieder gegangen warum auch immer wir konnten auch nicht alle in den klaren krieg mitnehmen einige hatten tatsächlich von den kleinen rathäusern die sperre denn wir haben rathaus 3 bis rathaus 7 glaube ich hier nur eingeladen das heißt die ersten klarkriege werden sehr sehr schwer wir ich weiß noch nicht ob wir uns hier ein spendenaccount reinholt könnt ihr mir gerne mal reinschreiben ob das jetzt leben ist wenn wir uns jetzt hier so ein zwölfer dreizehner reinballern der uns immer schön max truppen in die cbs gibt wenn wir klarkrieger haben oder oder ob wir mit dem kämpfen was wir eigentlich haben eigentlich bin ich bin ich so ein freund davon oldschool das heißt also wir können so ein bisschen wir können so ein bisschen mit unseren truppen hier spenden beziehungsweise auch unsere truppen hier nehmen und der nögen hier ja ripp cb schreibt er dabei der hatte noch irgendwie auch sein vorklan noch in der cb eine valkyre und drei minions und irgendwie haben wir uns den ganzen arm dran rum gekrampft an dieser an an der kleinen burg weil natürlich die wenigsten von uns also außer unsere sieben da jetzt schon drachen haben alle anderen haben noch keine drachen haben noch keine minions und sind dann eher ein bisschen schwach durch sich auch gegen eine ziemlich starke valkyre aber gut jetzt hat jetzt hat er sie verfeuert jetzt hat er sie nicht mehr jetzt muss er mit dem leben was er hier hat aber ganz schön und wir haben gestern abends schon einiges gesehen hier einiges gehört haben auch klarkrieg gestartet und wir haben dann auch ich glaube nach zwei stunden oder so auch ein gegner gefunden ich denke mal gar nicht mal so einfach in so einer range wo du ausschließlich sieben bis rathaus drei runter klarkrieg spielst noch gegner oder überhaupt erst mal ein gegner zu finden aber wir haben gegner gefunden der gegner ist ein ganz kleines bisschen ganz kleines bisschen im vorteil das hat er jetzt noch ein ein goblin hier ok aber der lud war in ordnung das passt so für seine truppen und wir haben tatsächlich einen einzigen gegner gefunden bevor ich aber zu denen eigentlich wechsel wir haben hier immer manchmal immer noch platz manchmal immer noch platz okay was für ein satz foto im moment sind wir 50 50 aber vielleicht so der eine oder andere wird vielleicht doch kein interesse an diesem projekt mehr haben wir haben hier auf jeden fall alles was so ein clash of clans clan in jedem fall braucht wir haben hier ein fred das schon mal ganz ganz wichtig wir haben hier einiges was youtube heißt wir haben ein esel wir haben vogelfänger wir haben kein kevin scheinbar noch nicht wir haben die lela wir haben flenz also zu trinken aber auch wir haben hier auch ein zauberer miraculix also zaubertrank ist unsicher und kate ist hier meine kuhliederin das ganz einfacher grund ich kenne sie schon ziemlich lange und irgendjemand muss sich mein vertrauen hier aussprechen erstmal was zu essen aber auch schoko pudding wir haben hier den frechen frechdachs wir haben den nürgen so spricht man das übrigens auch das könnte man nachgooglen auf youtube da ich ihn jetzt auch schon so auch sehr sehr lange kenne kann ich glaube ich mittlerweile ganz gut aussprechen hühnersuppe also wie gesagt uns wird hier nicht auf jeden fall wir sterben hier nicht des hungers wir haben hier herkules und den das ekam gaming ist dabei jonason also viele aus meiner community natürlich aber auch einige kenne ich nicht soll auch so sein denn das ist ein projekt von euch für uns für für euch eigentlich für euch aber wir gehen mal in den gegner in den gegner rein also wir sind hier 40 dörfer und kann ich jetzt schon liegen viele haben noch gar nicht angeschrieben was eigentlich in die reklanprogramme wollen wenn wir geben jetzt irgendwie so lohnt und ich glaube weiß ich nicht ja lohnt ein paar bogies der frechdachs hier mit dem kleinsten rathaus mal gucken was der für eine base hat mal sehen die sie gar nicht mal so schlecht aus also das immerhin eine gebaute base ist hier alles irgendwie so ins dorf geklatscht bei mir auch nicht ich habe mein heimatdorf erst mal als als dorf und bin auch schon recht hoch gelistet habe ich gesehen auf platz platz wo bin ich denn eigentlich wo ist die lehler hier da da ist die lehler und ich habe auch mein dorf genommen okay ich habe es nur ein ich habe resburgis genommen geht natürlich auch magia weiß ich nicht genau was hier so das richtige in diesem bereich ist aber mal mal sehen ich bin mal echt gespannt vielleicht sollte ich mir doch mal eine normale ck base bauen ich meine meine base weicht jetzt leicht davon ab also meine farm base sieht noch etwas anders aus als die ck base aber hier oben seht ihr unser stärkstes rathaus ist ein rathaus sieben mit dem zeus und naja der gegner ist ganz 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 kleines bisschen nur vorteil mit einem neuner ein achter aber danach hat auch der gegner hier keine siebener da sind wir wahrscheinlich oder sind dass sie siebener hat immer das siebener rathaus sieht aber auch eigentlich ein bisschen anders aus wir haben zwei siebener wir lassen die oberen erstmal aus und das ist ein rathaus 6 also unsere siebener könnten ihren kleinen vorteil ausspielen im unteren bereich sieht das eigentlich ganz gut aus sehr ausgeglichen hier und der gegner sieht erst erst mal genauso gut aus also ich muss sagen hut ab ich bin mal gespannt wie das making hier wird oder das matchmaking hier wird wo man sich hier auch dran gewöhnen muss ist einiges denn einige waren es auch nicht mehr gewohnt so lange auf eine klanburg zu warten eine halbe stunde glaube ich ist die wartezeit oder so aber erst gut aber ein bisschen zu stark für uns ich bin noch ein riesen event deswegen war der mir ein bisschen heavy ich habe auch gar keine klanburg ich muss mal eben klanburg anfordern dass wir hier was rein bekommen aber wir können auch selber was spenden magier will der haben okay also auch hier ruhig immer ein bisschen geben und nehmen voll wie die in jedem fall auch nicht schlecht okay wenn er keine magie hat kann auch keine magie spenden aber mal sehen ob wir hier einmal kurz voll machen bitte ist auch frech frech von mir ich weiß aber so bekomme ich die klanburg in jedem fall voll also kurz und karte ich warte mal eben dass mir jemand verspendet denn so der eine andere ist auch hier gestern abend waren wir hier muss ich sagen sehr 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 lange sehr sehr viele aber wir haben schon mal so ein bisschen uns beschnuppert und mal sehen wie das hier wird ich muss noch ein bisschen weiter rein fahren wir sehen zwei von drei bauarbeitern alle arbeiten daran dass den vierten bauarbeiter kriegen finde ich auch sehr gut keiner hat bisher hier reingegriffen hoffe ich zumindest nicht was kann ich machen ich kann neue dekoration kaufen schick aber mal erst mal nicht denn mein dorf hier soll erst mal mein dorf bleiben also ich muss eben auf eine cb warten und dann mache ich auch mal ein angriff okay ich musste gerade schon wieder lachen dass viele haben natürlich hier von vielen ist das nicht der erste account also wir kennen hier clash of clans schon ein wenig allerdings ist es nicht mehr jeder gewohnt mit so einem rathaus zu spielen und ich überlege gerade was brauche ich eigentlich im gold und elex ich kann eigentlich beides gebrauchen obwohl ich jetzt nicht mehr ganz so viel ausgeben kann habt ihr gesehen mein dorf ist schon recht stark am durchmexen aber ich glaube den können wir ganz gut mitnehmen ich überlege mal gerade was wir in der clan burg haben ich glaube wir haben nur uns drin der zwei uns ein riesen okay da kann man ja ein bisschen was mit machen zumindest die luftabwehr da weg dann mit data da aber 11.000 ist mir ein bisschen wenig ist mir auch ein bisschen wenig wir können vielleicht ruhig doch ein bisschen mehr riskieren hier ich weiß nicht ob ihr immer mit euren mini accounts wirklich die ganz großen angreift und sagt naja dann gewinne ich halt nicht aber ich würde ganz gerne das riesen event hier machen das rathaus event habe ich mit dem account hier auch gespielt ganz easy peasy mal ein paar rathäuser snacken hier geht sicherlich ganz gut aber passende loot finden dauert auch ein bisschen so der könnte uns schmecken hier das ist auch so ein rathaus wie wir es haben eben mal einen rathaus check machen ob der truppen hat aber der scheint mir keine clan booktruppen zu haben dann machen wir ihm glaube ich da vorne die die luftabwehr mal weg so jetzt wo da hätte natürlich auch keine keine falle sein dürfen einmal hier rein und so ein bisschen helfe ich immer nach mir im blitz ein bisschen helfe ich immer mit dem blitz nach sonst wird das die nächste riesen sind doch noch ein bisschen schwach auf der brust muss ich sagen und da ist der magertum der muss erstmal weg und okay ja ich habe ich habe natürlich jetzt da hinten da habe ich mal wieder nicht drauf geachtet ja den hätte ich vielleicht weg machen sollen den dicken mörser da aber egal wir holen uns hier in jedem fall das rathaus und gewinnen das spiel hier gerade so jawohl das wir gewinnen war gerade so und auch den lud nehmen wir hier da sind die kobolde einfach immer noch zu schnell die das schafft manchmal der minenwerfer nicht ganz nach zu kommen aber jetzt hat das gepackt aber eigentlich ist das in ordnung das hätte man jetzt anders machen können vielleicht nehme ich mal ein bisschen weniger kobolde vielleicht mal ein paar magier oder sowas ich habe jetzt aber mag er dabei also ich mache hier in jedem fall so ein bisschen weiter 48 prozent der diese kämpft hier noch mit der mauer sie sind ein bisschen schwach auf der brust die riesen gegen so eine starke mauer hier stelle ich gerade fest und auch die beiden bogenschützen warum geht ihr nicht eigentlich da so rum da da ist doch das loch ein bisschen zu weit weg naja okay ich denke mal in 137 schaffen die das leider nicht mehr aber 130.000 143.000 das absolut in ordnung und damit sind jetzt meine lage auch schon wieder ziemlich voll dann können wir hier glaube ich noch ein bisschen was abbauen die bauen wir noch mal nach ich wollte aber ich habe gesagt ich nehme hier mal ein bisschen weniger von und immer ein paar magier mit glaube ich zehn stück war das sieht gut aus zehn stück nehmen wir mal mit einmal den haben wir gemacht der trainiert schon mal nach und dann haben wir den busch hier wir haben hier auch noch ein bisschen wasser kann ich gar nicht mehr ganz abbauen stelle ich gerade fest wie gestern im live stream auch so ähnlich ging das also wir haben hier auch ganz normal geklärt ganz normal gefarmt ich kann forschen ich kann auch mal forschen ich kann den blitz doch noch mal doch noch einen höher machen so ich mal die blitzung ein höher machen ich glaube wir machen doch mal den blitz noch mal ein höher und nicht erst die magier denn den blitz bräuch brauche ich immer wieder und wir haben zwei bauarbeiter frei ich weiß nicht wie ihr vorgeht ich gehe eigentlich immer ganz gerne vor dass ich jetzt erstmal die lagermäxe früher haben die haben die auf 9 und auf level 10 richtig lange gebraucht das brauchen sie jetzt glücklicherweise nicht mehr jetzt muss ich nur das passende lager das dazu finden glücklicherweise nicht mehr ganz so lange auf rathaus level beziehungsweise auf level 10 brauchen die nur noch zwölf stunden früher waren das zwei oder drei tage deswegen hat rathaus level 5 auch so lange gedauert wenn man wirklich durch max aber das kann das kann es ja wirklich jetzt easy peasy machen im nachtdorf ist glaube ich auch jeder aktiv und nimmt hier die notwendigen gems mit ich baue immer so ein bisschen von unten nach oben das heißt ich mache erstmal so ein bisschen die ich jetzt mal so billigen sachen die billigen sachen sind aber da oben glaube ich goldmine immer erstmal die goldmine hier und guck mal ob wir noch was forschen können das geht auch jetzt läuft bei uns also hier im kleinen dorf und auch im free to play klar läuft es ich hoffe die kurze kleine update folge hat euch gefallen hier geht es in jedem fall weiter der klankrieg geht ja heute abend los das heißt am donnerstagabend am freitagabend glaube ich im live stream kriegen wir dann das ende mit da werde ich sicherlich auch mal wieder in dieses dorf springen bis dahin vielen dank beim fürs zuschauen entschuldigt bitte ich bin ein bisschen auch ein bisschen vom wind hier vielen dank fürs zuschauen liken abonnieren nicht vergessen und so weiter ihr kennt das gedönsel bis dahin euer toto flasht